Liebe Pioneers, es gibt Neues vom Tech Briefing. Im neuen Jahr legen wir den Fokus auf Innovationen. Innovationen, die unser Leben besser machen. An welchen Technologien arbeiten Big Techs und Startups? Woran forscht die Wissenschaft? Und welche Megatrends beschäftigen die Politik? Jede Veränderung bringt auch wieder neue Herausforderungen mit sich. Und dafür brauchen wir wiederum Lösungen. Darum geht es im Tech Briefing. Immer donnerstags und ab heute im neuen Look. Mit neuen Designs und neuen Farben. Kommen Sie an Bord, lesen Sie den Newsletter, hören Sie rein. Wir freuen uns auf Sie.